System, was ich gerade beschrieben habe, diese Funktionaldifferenzierung, wenn du das ernst nimmst, dann kannst du nicht wissenschaftliche Wahrheit mit wirtschaftlicher Macht oder mit Geld kaufen. Das funktioniert nicht. Das sind zwei unterschiedliche Logiken. Und jetzt können wir ja beobachten, dass es in dieser Pandemiezeit zu einem Gleichklang der Systeme gekommen ist. Also die Politik hat etwas geschafft, was wir ihr gar nicht mehr zugetraut haben. Die Politik hat etwas gemacht und das können wir natürlich in Diktaturen vor allem beobachten. Sie hat die gesamte Gesellschaft in eine Form gebracht und auf eine Spur. Wenn du dieses Video bei wikidienstag.ch anschaust, kommt jetzt gleich als nächstes ein 30 Minuten Video, wo ich über dieses Gespräch rede. Und in dem Moment, wo ich das abgefilmt habe, wurde aber nicht der Ton mitgegeben. Also, naja, egal.